Die Carnival Liberty ist am 20. Juli 2005 auf Jungfernfahrt gegangen und bietet Platz für knapp 3000 Passagiere bei Doppelbelegung der Kabinen. Sehen Sie sich verschiedene Varianten der Außen- und Balkonkabinen an. Auf allen Kabinen finden Sie feine Baumwollhandtücher, Frottee-Bademäntel und einen Föhn. Je nach Geschmack können Sie sich für kleinere Kabinen zwischen 17 und 20 Quadratmeter entscheiden. Wer gerne etwas mehr Platz und Komfort hat, dem empfehlen wir eine Suite. Auf die Plätze fertig los, rauf auf die Rutsche und rein in das nasse Vergnügen. Die Wasserrutsche ist neben der imposanten Leinwand das absolute Highlight auf dem Pooldeck. Wenn die kleinen Gäste nicht am Pooldeck sind, findet man sie meistens im Camp Carnival. Je nach Altersklasse bieten die Betreuer unterschiedliche und abwechslungsreiche Aktivitäten an. Währenddessen können sich die Erwachsenen in der Sauna oder bei einer Massage erholen. Schon ab dem Moment, wenn Sie den Spa-Bereich betreten, werden Ihre Muskeln anfangen sich zu entspannen. Neben der klassischen Ganzkörpermassage oder der bekannten Hot-Stone-Massage können Sie zusätzlich kosmetische Gesichtsbehandlung durchführen lassen. Gönnen Sie sich Zeit nur für sich. Morgens, mittags, abends. Das Essen an Bord geht garantiert nicht aus. Mit Liebe zubereitete Delikatessen, ein umfangreiches Dessert-Buffet und köstliche Weine warten auf Sie. Pizza für die Kleinen gibt es rund um die Uhr. Und für diejenigen, die nicht im Restaurant essen möchten, gibt es bei Carnival einen kostenlosen Zimmerservice. Entdecken Sie jeden Tag neue Köstlichkeiten und probieren Sie die verschiedenen Restaurants an Bord aus. Von einem Kreuzfahrtschiff nicht mehr wegzudenken ist das Theater. Jeden Abend werden die Gäste in eine neue Welt geführt und von ausgefallenen Kostümen und grandiosen Darbietung verzaubert. Richtig viel los ist auch immer im Casino. Wie in Las Vegas können Sie Roulette spielen oder bei einer Pokernacht Ihr Glück versuchen. Auf der Carnival Liberty haben Sie die Freiheit, sich jeden Tag und jeden Abend für ein neues Unterhaltungsprogramm zu entscheiden. Machen Sie Urlaub genau so, wie Sie es sich wünschen. Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich 50 Euro Bordguthaben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns gerne kostenfrei an.